Wisst ihr, was scheiße ist? Wenn man sich auf etwas freut, also zum Beispiel oder in meinem Falle ein Paket, was man bekommt, wo etwas cooles drin ist. Und ja, sagen wir es mal so, das Paket nicht rechtzeitig ankommt und im Prinzip alles versaut ist. Das ist nämlich genau das, was heute passiert ist. Ich habe mir nämlich ein Paket bestellt und da sollte was drin sein, was ich unbedingt brauche. Und ja, das ist halt einfach nicht angekommen und ich hoffe, das kommt heute noch an. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich heute einen richtig langen Vlog machen soll. Ich denke mal, das wird heute kein langer Vlog, weil ich habe kaum Zeit zu schneiden und allgemein. Und entweder das Paket kommt heute noch an oder der Vlog wird, sagen wir mal, so ganz kurz. Aber naja, was will ich tun? Ja, mal gucken. Und ja, morgen weiß ich noch nicht mehr, ob morgen überhaupt ein Video kommt. Also, das ist schon ziemlich traurig, Leute. Aber dafür ist mir aufgefallen, dass diese Daily Vlogs richtig geil sind. Und ich glaube, wenn ich zurück bin und die Tage, ich habe ja eigentlich keine richtige Schule mehr, weil wir die Ferien dann losgehen und Zensurenschluss ist. Und ich glaube, dass ich dann einfach Daily Vlogs mache, Leute. Und die Kamera dreht sich immer. Und ja, mal schauen. Aber jetzt geht es erst mal los mit dem Vlog. Und ja. So Leute, ihr habt ja übrigens gesagt, dass Fidget Spinner... Fokus bitte auf den Spinner. Ähm, ja, das Fidget Spinner, dass die irgendwie scheiße sind und out. Also, so haben das ein paar Leute geschrieben. Und ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Und ich glaube, ich ärgere euch heute ein wenig. Und mach einfach mal eins, zwei Tricks, um diesen Vlog bisschen zu filmen. Weil vielleicht kann ich ja ein paar Tricks und... Ja. Außerdem, was ich auch sagen wollte, es ist einfach so witzig. Ähm, mein Video, mein gestriges Video, hatte irgendwie 42 Likes oder so. Und der Kommentar von Andi hatte einfach 65 Likes. Also, ihr habt den Kommentar mehr geliked als mein Video. Und ja, das spricht schon Wende. Ähm, nee. Ähm, trotzdem finde ich das eine coole Aktion, dass ihr so viel diesen Kommentar geliked habt. Ähm, das war auf jeden Fall cool von euch. Macht das auf jeden Fall nochmal. So, aber jetzt gibt es erstmal einen Trick. Und mal gucken, ob ich den First Try hinkriege. Also, mein Fidget Spinner geht ja nicht mehr so richtig, aber... Okay, Leute. Komm, ich teste das jetzt. Nein, mein Fidget Spinner ist kaputt. Nein, mein Fidget Spinner. Ich hab ihn. Das ist doch unmöglich, der Scheiß-Trick. Jetzt hätte ich den Fidget Spinner einfach fast gegen die Kamera gehauen. Irgendwie ist dieser Trick leicht und möglich, würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen mache ich jetzt einfach nochmal den Trick, wo man einfach den Fidget Spinner auf der Nase balanciert. Ja. So. Fidget Spinner balancieren wir jetzt auf der Nase. Oh. Fidget Spinner balancieren wir jetzt auf der Nase. Nochmal. Uh. Es war schon... Es war schon... Es war schon gut. Warte, ich setze mich... ganz runter. Boah. Warte, ich stelle euch mal hier hin. So. Jetzt. Oh. Oh. Ja. Komm, Leute. Das zählt doch, oder? Okay. Drei Sekunden. Wir sagen. Wir sagen. Wir sagen. Wir machen drei Sekunden, okay? Drei Sekunden auf der Nase. Und. Oh. Eins. Zwei. Ah. Das war knapp, Mann. Das war richtig knapp. Okay. Nochmal. Oh. Und. Oh. Okay. Das kann nicht schon wieder so unmöglich sein. Ich hasse mein Leben. Bitches Bilder sind echt langsam out. Weil die Tricks unmöglich sind. Wenigstens kann ich den Trick. Das ist ja auch kein Trick, Mann. Aber irgendwie sieht's cool aus in der Kamera. Grüße gehen übrigens raus an Paul. Weil, guck mal. Er hat dieses Drehen, dieses Zurückdrehen. Er findet das so mega geil. Und es hat einfach jetzt in meinem Video auch funktioniert. Im Prinzip dreht er sich eigentlich die ganze Zeit normal weiter. Aber in der Kamera sieht es ganz anders aus. Ja. Und jetzt habe ich den Block sogar gefüllt. Und jetzt tue ich erstmal schneiden den Block. Und damit ich dann Zeit habe. Und vielleicht kommt das Paket heute noch. Oder, Leute. Ich habe die Idee, wenn das Paket heute noch ankommt, dann gibt es morgen auf meinem Kanal ein Unboxing davon. Weil dann habe ich morgen auch ein Video. Das wäre doch die Idee. Und der Vlog ist auch gefüllt. Pidget Spinner. Alles ready, Leute. Das passt perfekt. Und ja. Sonst kommt morgen kein Video. Oder? Ich kram noch irgendwo ein Video raus. Das wäre natürlich auch ganz cool. Aber jetzt schneide ich das Video. Und... Ja. Dann sehen wir uns irgendwann später, wenn ich wieder da bin. Weil ich gehe heute wohin. Und ja. Wir sehen uns. So, Leute. Das war es jetzt dann auch mit dem Video-Computer. Sei ruhig. Ganz schön laut. Ähm. Ja. Ich habe jetzt nichts mehr gefilmt. Alles klar. Ähm. Ja. Ich bin jetzt erst zurückgekommen. Ist gerade ein bisschen was schief gelaufen. Aber ist jetzt egal. Ähm. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar oder so. Weil Kommentare sind sowieso das Beste. Da ist mir scheißegal, ob das Video Millionen Likes hat. Aber... Hauptsache das Video hat Millionen Kommentare. Äh. Nein. Aber Kommentare sind viel geiler als Likes und sowas. Deswegen. Schreibt auf jeden Fall mal einen Kommentar. Wie es euch gefallen hat. Und allgemein so. Und... Ja. Wir sehen uns dann nicht morgen. Weil die scheiß Musikbox nicht angekommen ist. Freitag. Weiß ich nicht, ob wir uns da wieder sehen. Ja. Aber... Schade halt ein bisschen. Wir sehen uns. Tschüss. Ja.